Unsere Welt ist im Wandel. Wir sehen uns mit vielen verschiedenen Herausforderungen konfrontiert und eine davon ist die Klimakrise. Doch was bedeutet das für Ihr Unternehmen? Nachhaltigkeit ist weit mehr als Abfalltrennen und Ressourcenschonen. Verantwortungsvolle Unternehmensführung bedeutet nicht nur auf einen Trend zu setzen, sondern Maßnahmen gezielt in die Strategie zu integrieren. Die Anforderungen von Gesetzgebung und Gesellschaft steigen. Unternehmen müssen jetzt Verantwortung für ihr Tun übernehmen und zwar auf ganzer Linie. Bei all den Anforderungen den Fokus auf das Wesentliche nicht zu verlieren, ist gar nicht so einfach. Und genau dabei unterstütze ich meine Kundinnen und Kunden. Gemeinsam identifizieren wir Handlungsbedarf und Entwicklungspotenzial, legen eine Strategie fest und denken Nachhaltigkeit neu. Ein nachhaltiger Lebensstil war mir persönlich schon immer sehr wichtig und ich habe recht schnell gemerkt, dass es mir nicht reicht, alleine in meinem persönlichen Entwicklungskreis etwas zum Positiven zu verändern. Aus dem Grund habe ich im Master Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement studiert, wo ich gelernt habe, wie man Nachhaltigkeit in der Wirtschaft gut verankern kann. Nachdem ich Erfahrungen im Ministerium und als Umweltmanagerin in einem produzierenden Betrieb gesammelt habe, bin ich letztendlich in die Beratung gewechselt. Seit 2016 begleite ich Unternehmen, also bei Aufbau und Weiterentwicklung von ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten, kann mein Wissen in den Projekten weitergeben und auch jedes Mal Neues dazulernen. Und genau das macht meine Arbeit jeden Tag so spannend und abwechslungsreich. Der Ausgangspunkt von einem erfolgreichen Strategieprojekt ist grundsätzlich immer eine Bestandsanalyse. Denn nur wenn man weiß, wo man steht, kann man auch planen, wo man hin möchte. Auf Basis dessen lege ich gemeinsam mit meinen Kundinnen und Kunden das optimale Vorgehen fest und stelle bei Bedarf das geeignete Team zusammen. Ich kann so vieles, aber nicht alles und deshalb arbeite ich sehr gerne mit Expertinnen und Experten aus meinem Netzwerk zusammen. So kann ich für meine Kundinnen und Kunden genau jenen Service bieten, den sie brauchen. Wichtig ist mir dabei, den Fokus auf das Wesentliche zu richten. Unternehmen sollten dort Maßnahmen setzen, wo sie einen großen Impact auf Umwelt und auf Gesellschaft haben. Das ist oft ein Knackpunkt bei meinen Projekten. Aber wenn man an den richtigen Stellen ansetzt, kann man wirklich Großartiges bewirken. Nachhaltigkeit ist neben Digitalisierung das Trendthema unserer Zeit. Dabei ist es so viel mehr als einfach nur ein Buzzword. Nachhaltigkeit betrifft jeden Menschen. Auch ihre Familien, ihre Kundinnen und Kunden, ihre Mitarbeitenden und letztendlich auch ihr Unternehmen. Und als sympathische Wesen, die wir Menschen nun mal sind, sehe ich es als unsere Verpflichtung an, dass wir für alle Menschen mehrere Chancen schaffen. Bewahren durch Verändern, das ist meine Vision. Um unsere Lebensgrundlage zu erhalten, müssen wir jetzt endlich vom Reden ins Tun kommen. Wenn Sie und die Unternehmen unsere Umwelt auch für zukünftige Generationen bewahren möchten, lassen Sie uns gemeinsam an einer Strategie arbeiten und Nachhaltigkeit neu denken.